Alter! Ich hab mir grad auf den Schuh gekleckert, scheiße. Okay? Alter! Was ist hier los? Was geht denn da ab, ey? Wir halten heute falle Regeln. Den Spießer schlägt die Stunde. Ja! Wir gehen die nächste Runde. Geißen wir es in den Laden ein. Wer schweißt davon, er deckt uns feuerfrei die ganze Hälfte! Halt da! Lauf, wir schreien laut! Was geht denn ab? Lauf, wir schreien laut! Bitte brenn! Es war Sperma!